Noch etwas. Chemische Giftgase mit Space Force, Energie, Technik, Technologie, Systeme und denen da unten. Und da war noch ein Flughafenfahrzeug, der die da unten noch versorgt oder so. Über ein paar Hunderttausende wurde. Ich habe noch eine Frage. Jetzt könnte eigentlich, im Moment fährt jede Person ein elektronisches Fahrzeug, nur die aus dem Flughafen nicht. Wissen Sie warum nicht? Weil der Profitzweck mit den deutschen und der restlichen Parasiten sich an dieser Opfer lohnen tut. Auch 36 Jahre chemische Giftgase, Organsubstantennahme, Organentnahme, 20 Millionen Morde nur an Öffentlichkeit in der Schweiz, Hunderttausende Morde und Opfer mit Produktion und Implantate in Folterräumen da unten. Für das Parasit lohnt es sich. Ja? Dann zeigen Sie heisst es noch aus Deutschland, Niederland, Asien und Amerika. Zögeln Sie noch ein bisschen Zeit aus mit den Österreichern. Zögeln Sie noch ein bisschen mehr aus. Dann können Sie sich noch mehr reinstecken. Noch mehr Opfer, noch mehr Produktion. Das ist wertvoll für uns. Ja? Das ist wertvoll für Sie. Warum benutzen die eigentlich diese Abgase? Davor noch die schwarzen Abgase, die man zu sehen bekommen hat im Winter. Nicht wie jetzt. Warum? Ja? Für denen da oben, als Treibstoff. Also Treibstoff. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.